Herzlich willkommen zu Captivate Kompakt. Mein Name ist Martin Uhrig und in dieser Folge zeige ich Ihnen, wie Sie in Captivate eine eigene Navigation mittels Schaltflächen erstellen können. Wir sehen hier bereits ein Beispiel mit einer Weiterschaltfläche. Sie sehen, wenn ich mit der Maus darüber fahre, dann sehen wir, hat die auch so einen Hover-Effekt. Und wenn wir hier mal weiter klicken, kommen wir auf die folgende Folie und haben hier auch eine Zurückschaltfläche. Sie sehen, die Folien selbst halten auch an, sind also unbegrenzt lang soweit sichtbar, bis ich mich als Lerner entscheide, dann weiter zu navigieren. Wenn wir mal hier durch navigieren, dann sehen wir, auf der letzten Seite haben wir dann nur noch die Möglichkeit zurückzugehen. Ja, und das wollen wir jetzt mal gemeinsam erstellen. Dazu habe ich hier mal ein Ausgangsprojekt geöffnet, wo wir diese Schaltflächen noch nicht haben und die möchten wir jetzt mal anlegen. Dazu wähle ich hier eine Smart-Form. Die finden Sie hier in der Werkzeugleiste über Formen und entscheide mich hier für ein Rechteck. Sie können natürlich eine beliebig andere Form wählen und können sich erst mal hier ein beliebiges Objekt aufziehen und zeichnen. Sie können da auch per Doppelklick zum Beispiel direkt einen Text eintragen, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel weiter. Sie können dann hier in den Eigenschaften das Ganze beliebig formatieren. Die Farben einstellen, könnten zum Beispiel das Ganze hier mal ein bisschen dunkler einstellen, die Zeichen einstellen und die Strichfarbe und so weiter. Und dann auch die Randeinstellungen vornehmen. Ich nehme eine kleine Abkürzung. Ich habe mir sowas schon mal ein bisschen vorbereitet und in einem Stil gespeichert. Den finde ich hier unter Navigation und dort sehen wir, da habe ich schon ein bisschen was eingestellt. Und zwar, dass wir hier diese Farbeinstellungen haben, das Ganze in Areal und hier eben Randeinstellungen. Wie Sie das machen, zeige ich Ihnen dann auch mal in einer späteren Folge. Gut, jetzt haben wir mal die Schaltfläche hier gestaltet und wir möchten jetzt gleich, dass daraus eine Schaltfläche wird. Denn das Objekt ist aktuell noch nicht interaktiv. Es handelt sich hier erst mal einfach nur um eine Smartphone. Dazu müssen Sie hier einfach sagen als Schaltfläche verwenden und dann wird das Objekt interaktiv. Wir sehen das auch, wenn wir hier mal die Zeitleiste öffnen. Davor, bevor Sie das hier als Schaltfläche verwenden, hat das Objekt hier auch noch keine Pause. Und wenn wir hier das Ganze als Schaltfläche einstellen, dann wird in der Zeitleiste dieses Pausezeichen sichtbar. Sprich, wir haben eine Schaltfläche, die hält die Folie an und zwar bei genau 1,5 Sekunden. Und wir sehen dann hier oben im Bereich Aktionen, dass dort dann eingestellt ist zur nächsten Folie. Sprich, wenn der Lerner hier drauf klickt, dann springt das Projekt hier zur nächsten Folie. Andernfalls wird es unbegrenzt lang hier bei genau 1,5 Sekunden stehen bleiben. Schauen wir uns diesen Aktionsbereich mal ein bisschen näher an. Über die Aufklappliste können Sie dann die entsprechenden Aktionen definieren, die bei Klick auf die Schaltfläche ausgelöst werden. Und in unserem Beispiel werden wir jetzt verwenden zur vorherigen Folie sowie zur nächsten Folie. Schauen wir uns noch an, wie sich die Schaltfläche verhält, sobald der Lerner mit der Maus drüber fährt und klickt. Hierzu ist der Bereich Objektstatus wichtig, denn sobald Sie ein Objekt in eine Schaltfläche verwandeln, hat dieses Objekt automatisch verschiedene Zustände, sogenannte Objektstatus. Das sind hier integrierte Objektstatus. Es gibt auch die Möglichkeit benutzerdefinierte Objektstatus anzulegen. Das werde ich Ihnen auch mal in einer späteren Folge zeigen. Hier handelt es sich um integrierte Status. Das heißt, diese Status werden automatisch bei bestimmten Ereignissen ausgelöst. Zum Beispiel der Rollover-Status, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Und sobald Sie diesen hier auswählen, haben Sie darunter auch die Möglichkeit, diesen Status zu formatieren. Sprich, ich könnte jetzt zum Beispiel einstellen, dass vielleicht die Schaltfläche orange wird, sobald ich mit der Maus drüber fahre. Genau das gleiche kann ich dann für den nach unten Status tun, sprich der Status, sobald ich die Maustaste drücke. Hier könnten wir zum Beispiel auch sagen, wir wollen, dass das Ganze genauso orange zum Beispiel ist. Sie sehen hier darunter noch die Möglichkeit, in die Status Anzeige zu wechseln. Dort können Sie dann die einzelnen Status auch nochmal nachvollziehen, könnte neuere anlegen, duplizieren und so weiter und können hier die einzelnen Zustände der Schaltfläche nochmal schön sauber formatieren und die einzelnen Einstellungen einsehen. Wenn Sie aus dieser Ansicht wieder zurückgehen möchten, wählen Sie Status beenden. Und dann haben wir jetzt mal die Schaltfläche auf einfache Weise formatiert. Ich möchte das Ganze mal noch duplizieren mit STRG-D, denn ich möchte jetzt hier noch eine Zurückschaltfläche erstellen. Und wir möchten natürlich, dass die auch sauber positioniert ist und dass natürlich beide Schaltflächen sauber positioniert sind. Und das machen wir jetzt am besten mal wie folgt. Wir gehen in die Optionen und dann definiere ich mal einen Abstand von links 50 Pixel. Und von oben möchte ich einen Abstand definieren, aber wir werden mal vielleicht hier noch eine saubere Größe einstellen. Sagen wir mal 150 in der Breite sowie 50 hoch. Und der Abstand von oben soll so eingestellt sein, dass wir hier unten auch genau 50 Pixel Abstand haben. Das bekommen wir ganz einfach hin, indem wir sagen, wir nehmen die Projekthöhe. Die sehen wir hier ganz unten 672 minus Höhe des Objektes, also 50 sowie minus 50 ist der Abstand von unten. Und dann haben wir jetzt genau die Einstellung hier und hier jeweils auf 50 Pixel und das machen wir am besten auch gleich für das andere Objekt. Wir können mal gerade die beiden mit SHIFT markieren, stellen das auf dieselbe Größe ein. Dann haben wir hier auch die gleiche Größe und ich stelle hier dann noch die Positionierung ein, 1024. Das kann ich hier auch in Ruhe nacheinander einstellen, minus der Breite des Objektes und minus 50. Und dann haben wir hier auch genau 50 Pixel von rechts. Dann markiere ich die beiden mal noch und setze sie auf dieselbe Höhe. Okay, passt also soweit. Dann wollen wir hier noch reinschreiben zurück. Und stellen natürlich die Aktion noch ein für diese Schaltfläche. Das finden Sie unter Aktionen bei Erfolg und dann hier zur vorherigen Folie. Dann wollen wir noch sicherstellen, dass die Schaltflächen auf allen Folien vorhanden sind. Und gehen erstmal den einfachen Weg, kopieren die beiden Objekte, markieren alle Seiten und drücken STRG-V. Dann wird das Objekt auf allen Seiten platziert und wir können jetzt auf der ersten Seite die Zurückschaltfläche entfernen. Und auf der letzten Seite noch die Weiterschaltfläche. Und zu guter letzt wollen wir uns das Ganze natürlich mal noch in der Vorschau anschauen. Wie Sie sehen, ich fahre mit der Maus drüber, bekomme mein Hover-Effekt. Wenn ich drücke, haben wir dann nach unten Zustand. Und hier kann ich nun durch die einzelnen Seiten navigieren. Und auf der letzten Seite haben wir dann nur noch den Zurück-Knopf. Wie Sie also gesehen haben, ist es relativ einfach, sich eine eigene Navigation mittels Smartformen und Schaltflächen aufzubauen. Dass wir die Schaltfläche jetzt auf alle Seiten kopiert haben, ist in der Praxis jetzt noch nicht so ganz sauber. Denn ich würde es normalerweise dann auch gleich mit Folienmastern lösen. So dass wir die Schaltfläche nur an wenigen Stellen haben und auf mehreren Seiten ganz einfach wiederverwenden können. Wodurch wir sie dann auch zentral modifizieren können, in der Position, in der Form, Größe verändern können. Und das dann nicht auf jeder einzelnen Seite machen müssen, so wie wir das jetzt aktuell tun müssten. Und genau das werde ich Ihnen in der nächsten Folge zeigen, wie Sie eine Navigation über Folienmaster aufbauen können. Ja, damit sind wir leider auch schon am Ende. Wenn Sie das alles hier nochmal nachlesen möchten, finden Sie unten in den Shownotes einen Link zum entsprechenden Artikel auf techwriter.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren und bleiben damit laufend top informiert zum Thema Captivate. Bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Captivaten, Ihr Martin Uhrig.